Padangushta Urdhva Upavishta Konasana ist die aufgerichtete sitzende Winkelhaltung mit gefassten großen Zehen. Raffaella zeigt, wie es geht. Von der Sitzhaltung ausgehend fasse mit Zeigefingern um den großen Zeh oder Zeigefinger und Mittelfinger und Daumen um den großen Zehen. Strecke die Beine zur Seite aus und wölbe Bauch und Brustkorb nach vorne. Atme gleichmäßig einen aus. Diese Stellung ist gleichzeitig Vorwärtsbeuge, Grätschhaltung und Gleichgewichtsübung. Diese Stellung hilft dir, mehr Körperbeherrschung zu haben und natürlich hilft sie auch, dass du die Energie der Erde durch die Wirbelsäule nach oben bringst bis zum Scheitel. So verbindest du Himmel und Erde und gleichzeitig durch das Öffnen von Bauch und Brust öffnest du dich auch zu deinen Mitmenschen in Liebe und Freude. Weil das jetzt das letzte Video ist, eine Drehreihe mit Raffaella. Wir haben 50 Videos jetzt hintereinander gedreht, werden wir gleich das OM sagen und ein Segensmantra für deine Yoga-Praxis sagen. Vorher noch die Bitte, wenn es dir gefallen hat, klicke schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir. Wenn du diese Stellung gut machen kannst, schreib es doch in die Kommentare und wenn du Schwierigkeiten hast, schreib es auch in die Kommentare. Wenn du keinen dieser Asanas verpassen willst, dann abonniere den YouTube-Kanal Yoga-Vidya-Übungsvideos auf YouTube und du findest alle Videos auch übersichtlich im Yoga-Vidya-Asana-Lexikon, in der Yoga-Vidya-App und auf wiki.yoga-vidya.de Natürlich lernst du Asanas am besten mit einem Lehrer, einer Yoga-Lehrerin. Wenn du zum Beispiel zu Yoga-Vidya Bad Meinberg kommst und die fortgeschrittenen Yoga-Stunden besuchst, wirst du vielleicht auch mal Raffaella als Yoga-Lehrerin erleben. Viele dieser Stellungen lernst du auch während der Yoga-Lehrer-Ausbildungen sowie während Yoga-Lehrer-Weiterbildungen. Danke an Raffaella fürs Vorführen dieser Stellungen. Danke an Eduard für das Filmen. Mein Name ist Sukadev. Wir sind von www.yoga-vidya.de und zum Abschluss dreimal OM. OM 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 Sravamangala Mangalye Shives Sarvarta Sadhike Saranye Triambake Gauri Narayanin Namostate Narayanin Namostate Om Shanti, Shanti, Shanti Om Frieden, Frieden, Frieden Om Bholo Satgurosh Vananda Maharajiki Jai Bholo Sri Vishnadi Vananda Maharajiki Jai